Musik Die ersten warmen Tage dieses Jahr und die werde ich jetzt gleich nutzen, um ein Gartenhäuschen zu bauen aus Holz. Und das ist für Populents deshalb wichtig, weil in unserer neuen Show machen wir ja wieder eine Mischung aus Tanz und Illusionen. Und ich werde wieder was bauen, was Großes. Und dafür braucht man viel Platz. Und den habe ich momentan in der Garage nicht, weil es steht viel zu viel drin. Und darum baue ich ein Gartenhäuschen, dann kann ich die Garage leer räumen und dann habe ich Platz, die neue Illusion zu bauen. Zwangspause 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 Zwangssassociier Zwangspause Zwangs annoy Zwangspause Zwangs próximo Zwangskee Zwangs Ronnie Ich mache gerade die Aufstellung für den Auftritt bei der 25-Jahr-Feier vom Kindergarten in Regenstorf. Und da gibt es viel zu tun, denn wir haben 45 Minuten Zeit, das heißt wir können die komplette Show mit allen Aufstellungen tanzen. Das sind, glaube ich, fast 40 Stück. Hallo zusammen, ich weiß gar nicht, ob ihr mich erkennt, ich bin auf dem Weg zum Training. 25 Kilometer hin, dann zwei Stunden sehr anstrengendes Training heute und dann 10 Kilometer zurück. Wir filmen ein bisschen was, ok? Ich mache die Aufstellung für den Auftritt bei der 25-Jahr-Feier-Serkung. Das war's. Musik Oh, das war knapp